Willkommen bei Ich Rauche Nicht. Ein neues Review. Ihr habt es im Titel gesehen. Heute geht es mal wieder um einen RTA. Da gehe ich natürlich gleich ganz ganz detailliert darauf ein. Vorher aber noch ein paar Worte so in eigener Sache. Da wollte ich jetzt kein extra Video daraus machen. Nicht so Clickbait, Kacke. Wer das Video jetzt hier sieht, kriegt eben jetzt hier dieses Statement oder diese Überlegung von mir jetzt hier mal live mit. Warum macht man Reviews? Ich bin neugierig und ich teste gerne Produkte, gerade natürlich jetzt hier im Dampferbereich, schaue wie sie funktionieren und teile halt dann dieses Wissen ganz gerne mit und teile es eben auch dann gerne mit euch. Jetzt ist das keine neue Erkenntnis, wenn man egal von wem sich die Reviews ansieht, natürlich auch von mir. Dann muss man ehrlich sagen, die letzten RTAs, wahrscheinlich die letzten 20 oder 30, keine Ahnung, hatten so gut wie alles gleich. Ja, also minimale Änderungen. Mal gibt es eine Airflow so und so und mal ist die Liquidzufuhr vielleicht ein bisschen anders und das Deck halt mal minimal anders. Aber im Prinzip ist der RTA, würde ich mal sagen, auserzählt. Das heißt, es gibt keine neuen Innovationen, die es jetzt wirklich großartig zu berichten gäbe. Ja, es gibt immer noch perfekte Qualität, bisschen schlechtere oder grottige. Das mag es nach wie vor geben. Aber die Komponenten eines RTAs werden maximal verbessert, die einzelnen Komponenten. Oder das Level bleibt eben gleich, gleich gut, auf einem sehr gut, auf einem römischen 1er, wie auch immer. Aber die Nutzung, wie funktioniert das Teil? Ja, also wo, wo ihr auch profitieren würdet hier bei einem Review? Ja, wie ist die Handhabe? Es wird ein bisschen Fahrt. Das gebe ich ehrlich zu, denn das empfinde ich auch so. Es passiert nicht sehr viel am Markt. Natürlich bei den Reviews, ich merke es ja, ich sehe ja, wann die oder wohin die meisten springen. Die meisten springen zum Fazit, weil sie gar nicht mehr schauen wollen, wie funktioniert denn jetzt hier dieser RTA? Sondern wie ist denn meine Meinung? Aber das ist eine andere Art von Review. Dann reicht ein Review von fünf Minuten, dann zeige ich das nur noch her und sage meine Meinung. Aber die Teile funktionieren so gut wie immer gleich. Das Gleiche trifft natürlich hier auch auf Bot-Systeme zu. Da gibt es auch keine großartigen Quantensprünge jetzt mehr. Die sind meistens jetzt hier schon auf einem sehr, sehr guten Level. Was den Geschmack angeht, überall das berühmte Nupsi und überall, meine Güte, mehr oder weniger die gleichen Funktionen. Worauf will ich jetzt hinaus? Also ich weiß nicht, ob ich hier in Zukunft noch viele Reviews in dieser Form machen werde. Für mich ist vielleicht die Hall of Vape, die ja jetzt bald ist, so ein bisschen ein Gradmesser. Wo ich sage, okay, entdecke ich da doch noch Sachen, die mir wieder das Gefühl geben, es ist sinnvoll, hier ein Gerät komplett zu zerlegen, meine Art zu zerlegen und herzuzeigen. Oder machen wir kurz Short-Videos. So, okay, das ist es. Ein, zwei Sätze zu den Hauptkomponenten und ab zum endgültigen Fazit. Was ich jetzt hier ausnehme, sind so typische Einsteigerprodukte. Wenn ich die denn wieder mal in Händen halte, wo ich sage, das ist so Massenware, wo Einsteiger schnell mal dazukommen, die vielleicht hier zufällig auf einem Kanal landen und sich dieses Teil hier mal erklärt wissen wollen. Dann macht das vielleicht Sinn, wo ich jetzt nicht voraussetze, dass diese Personen hier schon 20, 30 Verdampfer zu Hause haben. Sogenannte High-End-Produkte, die sich meistens kein Anfänger zulegt, sondern erfahrene Dampfer. Wie spannend ist es denn dann jetzt wirklich noch herzuzeigen und das hier ist die Glocke und das ist der Kamin und das ist das Triptip und das ist ein 5-10er und hat jetzt hier einen O-Ring und so weiter und so fort. Bitte schreibt mir das auch, wie ihr das gerne hättet. Also Tatsache ist, so ein Review, auch wie heute, wird alles zusammen inklusive Schneiden und ich habe ja kein Studio, ich baue ja hier alles im Wohnzimmer auf und wieder ab, wird so in etwa drei Stunden Zeit betragen. Bei sehr komplizierten RTAs, wo es noch mehr zu zeigen gibt, wo ich eine komplette Wicklung auch dann vielleicht noch reinmache, ja die spare ich mir heute, kann es eine Stunde mehr werden. Je nachdem, wie gute Takes werden, wie ich dann herumschneiden muss und so weiter, ob ich Fehler gemacht habe, was nachträgen muss und so weiter. Ist natürlich ein Zeitaufwand, der mir Spaß macht, wenn ich den Sinn dahinter auch sehe. Das hier soll aber nicht eine Roberts-Beschäftigungstherapie sein, sondern ich möchte auch, dass es jemandem etwas bringt. Schreibt mir also bitte auch in die Kommentare, wie ihr das seht, ob man die Reviews verkürzen sollte. Man sieht ja auch, dass kürzere Videos oft mehr geschaut werden. Oder ob dieser Stil, der jetzt hier von mir so gemacht wird, wie es ja klassisch eher ist, alle Komponenten durchgehen und danach mal hier nochmal aufbauen, also zusammenbauen, auseinanderbauen, zusammenbauen, dann dampfen und dann das Fazit. Oder ob wir es abkürzen. Wirklich so 5 Minuten Takes. Das ist meine Meinung zu diesem Produkt. Wenn es wirklich nichts Besonderes gibt, bitte da auch eure Meinung. Nein, dieser Kanal geht hier nicht in Pension, es geht schon noch weiter hier. Und wenn es keine klassischen Reviews in dieser Form sind, dann habe ich anderen Content, den ich bieten möchte. Der kommt sowieso immer wieder. Aber ich weiß nicht, ob es den Aufwand auch wirklich mir persönlich, das muss ich ehrlich sagen, wert ist und mir dann so diesen Spaß bereitet, wenn ich dann sehe, okay, das Teil hier ist komplett austauschbar mit den 20 Teilen davor, anderes Logo drauf und die Verpackung sieht anders aus. Ja, aber gut. Das soll es jetzt hier mal zu diesem Statement gewesen sein. Ich bin da auf eure Meinung wirklich gespannt, denn auch danach richte ich mich halt ein bisschen. Ja, vielleicht deckt sich ja euer Gefühl auch mit meinem, dann werden wir uns vielleicht einig oder ihr sagt, alle spinnst du? Das ist doch genau das, was wir sehen wollen. Ja gut, dann werde ich mich da weiter hinein, also Zeit da auch so hinein investieren. Und dann macht es mir aber auch da wieder anders Spaß, weil ich weiß, es wird tatsächlich auch so gewünscht. Punkt. Das war jetzt mal hier die ewig lange Einleitung. Entschuldigt. Dafür. Ja, da hängt so ein Knopf hier im Gesicht. Neues Mikro. Wieder mal was ausprobieren. Auch da bin ich interessiert an dem perfekten Setup für mich. Vielleicht ist es jetzt das hier. Apropos Setup und so weiter. Jetzt geht es endlich um das Teil hier. Und das hier ist die Originalverpackung. Der Lindy RTA von Vinajure Works. Ich gebe zu, ich glaube, von diesem Hersteller zumindest noch nichts gehabt zu haben. Ich glaube auch, noch nichts gehört zu haben. Geschichte hier kommt auf jeden Fall aus Japan. So. Das ist eben die Originalverpackung. Schlichte Geschichte. Umweltfreundliche Geschichte. Was kommt hier alles mit? Ich beginne mal mit dem Unwichtigsten, das hier mitkommt, aber irgendwie ganz lustig ist. Backstage, Pass und dann halt hier unten drauf nochmal das Logo. Ein Aufkleberchen kommt hier mal mit. Was kommt noch mit? Das wichtigste Teil hier überhaupt. Das hier ist der RTA, den wir uns hier ansehen werden. Und dann hier ja, warum zwei? Waren halt zwei Ersatzteiltütchen mit ganz vielen Ohrringen und ein paar Schräubchen. Das war's, was hier mitkommt. Eher sparsam. So in der Ausstattung, aber apropos sparsam. Wir reden gleich hier mal über den Preis. 170 Euro kostet dieses Teil. Aber na, nicht klar abschalten. Vielleicht gibt es hier einen Grund, warum der doch so viel kostet. Darauf gehe ich gleich ein. Wie immer, der Aufbau. Wir haben hier oben ein gut sitzendes 5-10er Triptip, 4,2 mm Innendurchmesser, 12 mm in der Höhe. Ein wirklich sehr, sehr gutes Mundgefühl für mich. Wir haben hier zwei Ohrringe, die das hier wie gesagt recht gut und recht stabil halten. Könnt ihr aber wie immer euer eigenes verwenden. Wir haben hier eine Topcap. Täuscht euch jetzt aber nicht, wenn ich das hier aufschraube. Das hier ist kein reiner Topfiller. In dem Fall könnt ihr es euch aussuchen. Entweder Topfill oder Bottomfill. Das hier eben, die, ich würde mal sagen, von mir absolut empfohlene Variante. Das hier, der Topfill. Warum, zeige ich da natürlich noch genauer her. Bottomfill, vergesst die Geschichte einfach gleich wieder. Das hier eben, jetzt hier Topfill hier ein Ohrring da oben. Übrigens gleich mal vorweg, Verarbeitung absolut super. Alle Gewinde sind wirklich hier perfekt, so viele sind es aber auch nicht und alles wunderbar verarbeitet. Wenn ich das hier oben abgeschraubt habe, dann Achtung, wird der ganze Teil hier instabil, denn das hier ist nur noch ineinander gesteckt und mittels Ohrringen hier gehalten. Ach, ich zerlege es doch jetzt einfach gleich. Ja, hier das Gläschen und hier eben dann der Kamin, hier auch noch mit Ohrring. Das Teil zerlegen wir aber dann gleich noch mal genauer. Ist jetzt ein bisschen versaut hier alles. Ich habe das Ganze jetzt hier natürlich noch mal abgewaschen und deswegen die Tropfen, die ihr da jetzt hier seht, reines Wasser. Wie auch immer, wenn ich das oben abnehme, wird das Ganze hier ein bisschen instabiler. Also bitte immer beim Befüllen achten, dass man hier nicht irrtümlich irgendwo Druck oder so oder Hebelwirkung hier irgendwas hier verstellt oder abnimmt, dann habt ihr eine Riesensauerei. Das hier ist übrigens kein Echtglas, da haben wir so eine PMMA Tanksequenz noch dabei. So, auch gleich mal hier von unten hierher gezeigt. Inklusive Logo, 5 Zehner, also hier, Pluspolschraube. Und wie komme ich ans Deck? Ich schraube hier unten auf. Bitte gut hier dann diese Teile hier festhalten, dass man hier nicht irrtümlich da ein bisschen was hier so rumschraubt. Wie gesagt, ist zwar kein Schraubgewinde, wird dadurch aber dann natürlich dann trotzdem wieder instabil und ja, habe ich schon gesagt, könnte auch dann eine Sauerei hier entstehen. Wir nähern uns dem Deck. Hier haben wir aber gleich mal hier etwas und da seht ihr die Befülllöcher hier am Rande. Super tiefliegend. Mit keiner vernünftigen Flasche erreicht ihr hier wirklich gut diese Befüllöffnung. Noch dazu, ihr seht auch einen richtigen Scheißdreck. ich möchte es jetzt hier nicht einfüllen, später dann, aber ihr seht vielleicht jetzt das Problem. Ich mag es jetzt mal falsch rum, aber dann seht ihr trotzdem das Problem. Ja, ich erkenne hier nicht wirklich, wo ich mit der Spitze lande. Geschweige denn, erkenne ich hier dann wirklich gut, wenn er vollgefüllt ist und wenn er hier darüber gefüllt wird, seht ihr was passiert. Aufgrund der Bauform läuft euch dann das Liquid hier durch den Kamin wunderschön aus dem Triptip. Übrigens natürlich auch, wenn ihr das Ziel ein bisschen verfehlt und hier mit der Flasche ein bisschen links oder rechts, sei es nur ein paar Millimeter daneben seid, der Kamin freut sich, der Tisch auch, denn das Liquid rinnt gnadenlos dadurch. Also diese Konstruktion gefällt mir tatsächlich so gut wie gar nicht. Hier können wir die Glocke hier abnehmen, die ist hier auch mit einem Ohrring versehen. Bitte unbedingt hier oben Liquid beim ersten Mal drauf, denn hier seht ihr links und rechts eine Öffnung. Da kommt dann das Liquid letztlich zur Wicklung. Soll so schön da drauf sitzen. Vergesst ihr hier auf das Liquid, verdreht sich dann hier beim verschrauben unbeabsichtigt oftmals genau die Glocke und dann könnt ihr natürlich hier keinen idealen Liquid Fluss haben, weil sie die Glocke einfach verdreht hat. Blick aufs Deck hier mit der Wicklung von mir da drinnen hier eben dann die kleinen Wattetaschen. Ihr braucht hier wirklich sehr wenig Watte ganz kurz abschneiden. Ich mache jetzt hier kein Wickelvideo dazu, denn es ist kein Einsteigerteil. Der, der sich das hier gekauft hat, weiß wie man wickelt und weiß auch wie man sparsam Watte verlegt. Das Teil hier ist wirklich sparsam was das angeht. Ganz wenig ganz ganz hier am Rande irgendwie dann nur so einlegen und das reicht absolut aus. Luft wie immer schön hier über den Airpin unten mittig dann zur Keul kommend hier wieder egal ob links oder rechts rum gewickelt Einbau funktioniert hier sehr sehr gut ja super kleine Schrauben Kreuzschrauben ziehe einen kleinen und alles klappt hier toll hier auch ein O-Ring also das hier das Deck Ihr seht hier auch bitte schön die Keul gerne so tief setzen das macht Sinn dann funktioniert alles wunderbar er ist dann sehr leise in der Arbeit und ganz wichtig bis maximal 2,5 Millimeter Innendurchmesser macht hier Sinn alles andere ihr seht das hier ist dann schon eine enge Geschichte das hier sind eben 2,5 Millimeter hier unten die Airflow also hier unten kommt eben dann die Luft in auch hier nichts nach zu justieren alles wird über diesen einen mit gelieferten 1,2 Millimeter Airpin geregelt ihr habt hier in dieser Verpackung keine andere Option also wenn euch das nicht taugt habt die optional noch 1,5 Millimeter die ihr dann nachkaufen müsst gefällt mir nicht so wirklich gut diese Lösung ist aber jetzt in dem Fall leider so 22 Millimeter hat er hier im Durchmesser 40 Millimeter in der Höhe und 5 Milliliter Tank Inhalt das ist mal ganz ordentlich wer jetzt hier einen kleineren möchte mit dann eben nur 2 Milliliter Tank Inhalt dann könnt ihr euch eine kleine Kappe also ein Umbau Set für die Short Version habe ich auch gesehen gibt es auch in der Short Version fix so zu kaufen ja also entweder oder oder eben dann hier so diese große Variante dann kommt die eben auf 5 Milliliter das Material hier ist übrigens Titan ja also deswegen seht ihr auch hier eine bisschen dünkere Variante eben nicht so dieses helle Edelstahl Shining ja Titan Grad 2 oder so ich kenne mir da jetzt einen Dreck aus wirklich mit den Materialien soll aber eben nicht das allerbeste Titan sein das man so bekommen kann aber immerhin es ist Titan wo man bei anderen Herstellern halt auch schon dann wahrscheinlich in der besseren Ausführung teilweise einige 100 Euro hinlegen muss also vielleicht relativiert das für euch den Preis ein bisschen wie gesagt Standard Airflow Control 1,2 Milliliter Quatsch Millimeter und 1,5 Millimeter optional erhältlich ja viel mehr zu zeigen gibt nicht ihr seht es ist ein bisschen eine sparsame Geschichte hier ihr habt hier ein paar Elemente dass man hier ganz gut greifen kann ja das ist ganz gut gemacht man greift hier auch tatsächlich hier nur da oben und da unten Achtung dass das hier wie gesagt nicht instabil wird diese ganze Geschichte und ansonsten er hat keine Liquid Control verbaut ihr könnt hier extra die Airflow nicht mehr regeln das war's also die Komponenten sind recht einfach gehalten aber ja den Rest den gibt es jetzt im Fazit denn ich muss es leider sagen es gibt hier das eine oder andere aber dann kommen wir hier auch schon zum Fazit dieses Teil hier alles made in Japan daher auch der eigentlich günstige Preis für ein Titan RTA und besonders die Verarbeitung ist hier wirklich hervorzuheben dies erstklassig ihr habt hier keine wirklichen scharfen Kanten ihr habt hier nichts verstört nichts was an schlechte Qualität herankäme außer ein Punkt und dieser Punkt ist wichtig bitte wenn ihr dieses Gerät bekommt reinigt es gleich am Anfang schön sauber machen ich hatte Rückstände hier von der Produktion leider hier darauf das darf natürlich nicht sein war eher so ölige Geschichte ging aber wenigstens dann gut zu reinigen gedacht ist dieses Gerät hier eindeutig für MTL und als maximalen Wicklungs Innendurchmesser empfehle ich hier eben die 2,5 Millimeter das ist sicherlich kein Einsteigerteil trotz fehlender Liquid Kontroll nie ein Blubbern oder ähnliches läuft ruhig und der Dampf ist angenehm weich Apropos Dampf Überraschung er dampft auch was ich hier allerdings als Problem habe der Liquid Stand ist tatsächlich nicht leicht abzulesen also ihr habt hier ein kleines Sichtfenster das meistens ausreicht und wenn ich euch das jetzt hier sage werdet mich auslachen und sagen das reicht doch das sieht man doch wunderbar ja bloß tatsächlich kommt hier immer wieder mal vor dass sich hier so Luftblasen hier so hier unten einfinden und dann bleibt mir nicht mehr sehr viel wo ich den Liquid Stand ablesen kann das Problem betrifft aber nicht mal zwingend hier den Dampf Betrieb sondern vielmehr den Befüll Modus quasi wenn ich es befüllen möchte und dann auch Zielvariante hier wähle dann wird es ein Problem dann wird es ein Problem nämlich diese wirklich tiefsitzende Glocke und auch diese tiefsitzenden Einfüllöffnungen verhindern dass ich hier wirklich gut zu diesen Löchern hin sehe ich sehe fast gar nicht hin muss also mehr nach Gefühl hier dann befüllen wenn ich von unten befülle und dann geht immer wieder gar nicht zu wenig hier dann durch den Kamin durch das Triptip wieder raus also genau die falsche Eröffnung die man dann irrtümlich findet Blödsinn ist Käse mag man nicht und noch dazu ja wenn ich befülle sehe ich dann nicht weil die ganze Geschichte hier ja über Kopf dann hier ist so erkenne ich hier sehr schlecht wo ich denn hier eigentlich bin mit welcher Füllhöhe man kann ja dann sehe ich natürlich alles weil alles hier klar ist allerdings den Hbenet da kann ich jetzt nicht groß und wichtig darüber philosophieren wäre das hier ein reiner bottom fill würde ich ihn zu 100% in der Lade verschwinden lassen dann wäre er bei mir durchgefallen genau wegen des beschriebenen Füllvorgangs ich mache jetzt hier mal auf man muss ja auch immer gut halten um nicht irrtümlich was nicht wirklich vernünftig hinein und jetzt nehme ich mal ein Fläschchen zur Hand irgendeines das wird mit keinem anderen Fläschchen besser und jetzt könnt ihr euch vorstellen das ist irgendwie ja wo sehe ich denn jetzt ob ich richtig oder falsch bin ich sehe es dann wenn es mir durch den Kamin wieder raus läuft nachdem ich das hier aber auch als top viel benutzen kann ist es okay wirklich okay wieso nicht perfekt ja weil eben diese top cap den ganzen tank zusammen hält und das bedeutet wenn ich diese top cap hier oben löse dann komme ich zu folgendem problem der ganze untere bereich inklusive hier auch dieser dieses Sichtfensters ist instabil weil nur durch den druck von oben gehalten da wird hier nichts mehr geschraubt das hier ist nur noch abgesichert quasi abgedichtet durch ohrringe habt ihr alles korrekt hier befüllt und die wicklung ist verbaut dann ist er ein sehr guter rta ja leider seid ihr aber hier an diese 1,2 mm airflow control gebunden ich habe optional keine anderen pins dabei also nicht hier im set kann mir die 1,5 extra kaufen wenn ich möchte und das ist aber wenn ich es richtig verstanden habe zum jetzigen Zeitpunkt mal Sense mehr gibt es jetzt nicht wäre auch schön wenn es da noch mehr Optionen gäbe schon alleine deswegen die 1,2 kommen mir größer vor und ich liebe den straffen Zug und den schaffe ich mit dem hier nicht es ist eher offeneres MTL für mein Verständnis ja also da bitte gerne nachbessern 1mm oder sogar 0,8 und dann wäre ich zufrieden weil sie wahrscheinlich die 0,8 anfühlen würden wie dann 1mm bei anderen dann wäre wieder im Geschäft und dann wäre es für mich jetzt nochmal einfach ich habe schon öfter gedampft mit diesem Teil aber einfach dass ihr nochmal seht warum auch immer man dampft eigentlich eigentlich könnte man sich sparen oder aber jetzt mache ich es wie gesagt schöner weicher dampf das ist sehr angenehm und der Geschmack ist halt sehr gut und das soll das ganze Ding jetzt hier nicht schmälern ist ein sehr guter Geschmack aber wirklich nicht ein herausragend guter es ist kein römischer 1er wie ich immer so gerne sage ich habe tatsächlich ein bisschen bessere auch zu hause ich weiß nicht ob man den farblichen unterschied jetzt hier so wahrnehmen kann wir reden ja hier eben hier von Titan ist hier ein bisschen dünkler als so das klassische Edelstahl also da bitte darauf achten wenn ihr da sehr heikel seid könnte euch das also auch wilder ich würde mal sagen eine 3 tatsächlich Schulnote nur 3 auch wenn ihr hier nicht viel zu drehen und einstellen habt oder eben nicht könnt die Befüllmethoden gefallen mir beide nicht so richtig und eben Liquidstand nicht sehr gut abzulesen wie gesagt jetzt werdet mich fragen ob ich spinne aber nein hier ist immer wieder mal Luft da drinnen schon alleine wenn ich hier oben aufmache drücke ich dann manchmal eben dann Luft und nach unten ich habe hier eben keine Liquid Control keine verschließbare Airflow Control ist dann eben so dann muss man damit leben dass hier Luftbläschen sind und dann wird es gerade wenn es weniger wird schlecht abzulesen und überhaupt bei der Befüllung schlecht abzulesen Preis Leistung ja auch eine 3 was habe ich von einem Titan RTA der zwar makellos gefertigt wurde aber immer noch 170 Euro kostet und dann nicht einmal wirklich unkompliziert zu befüllen ist es gibt mittlerweile hunderte super RTAs am Markt die günstiger sind zwar aus Edelstahl aber einfach zu befüllen gehen ja zu viel gewollt trifft es glaube ich da jetzt ganz gut ja vieles weggespart und trotzdem finde ich folgenschwere Fehler gemacht ich hatte mich auf den wirklich gefreut endlich an quasi reduzierten RTA schnörkellos einfach in der Bedienung aber leider wurde es dann doch nur ein vernachlässigbarer RTA der ich glaube für niemanden wirklich das Nonplus Ultra darstellt guter Geschmack oder auch ein sehr guter Geschmack finde ich reicht heutzutage nicht mehr aus anfängert tauglich an sich ist er nicht also wer ist die Zielgruppe Anfänger scheiden für mich mal aus dann diese Highend Kunden die gut und gerne bereit sind 170 oder sogar mehrere 100 Euro für ein RTA auszugeben solche solche Leute gibt es zuhauf eigentlich sogar in der Blase ja die wollen aber dann nicht diese Problematik dann wieder haben dass sie vielleicht so viel Geld ausgeben dann aber Probleme haben mit der Befüllung Probleme wie gesagt sie funktioniert aber so ein bisschen umständlich und die klassischen ich sage ich meine das jetzt nicht abwertend aber Durchschnittsdampfer der einfach dampfen möchte und da jetzt nicht viel Geld investieren möchte naja der muss eben dann vielleicht auch auf das Geld schauen und dann wäre er zwar vielleicht mit dem Teil zufrieden aber dann wieder nicht mit dem Preis Titan hin oder her sorry Vintage Works aber dieser RTA wird bei mir im Regal verschwinden schade eigentlich denn ehrlich gefallen würde er mir sehr gut es hilft mir aber nichts wenn er mir im Alltag einfach nicht die Zufriedenheit bietet und das war es jetzt auch hier für dieses Video das war jetzt hier mein Fazit ich hoffe für euch nachvollziehbar meine Kritikpunkte wenn nicht schreibt es dann bitte gerne in die Kommentare und solltet ihr den tatsächlich haben schreibt mir bitte auch gerne eure Meinung zu diesem Teil in die Kommentare mag ja sein dass da die Geschmäcker komplett auseinander gehen das nächste Review gibt es jetzt auf diesem Kanal erst wieder nach der Hall of Web Achtung nicht das nächste Video aber nächste Review nicht weil ich gar nichts zu zeigen habe aber aus einem anderen Grund ich habe einen neuen Computer der wird jetzt kommende Woche von mir mal hier aktiviert aufgesetzt alles wieder neu installiert und wir fangen wieder quasi computertechnisch bei null an da brauche ich ein bisschen Zeit und werde nicht dazu kommen ein Review dann darauf zu schneiden ach ja und dann bin ich auch noch kurz im Urlaub wieder paar Tage Italien und danach geht es auf die Hall of Web und dann geht es weiter mit den Reviews auch wieder hier vergesst mich nicht ich komme zurück versprochen bis bald macht es gut tschüss